Teile entfernen und ersetzen HPZ 6G 5A Workstation Desktop PC Hinweis, schalten Sie den Computer vor dem Ausbau von Komponenten über das Betriebssystem aus. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Computers, indem Sie den Netzstecker vom Computer abziehen. Trennen Sie alle externen Geräte vom Computer. Falls der Computer auf einem Ständer steht, entfernen Sie diesen. Ersetzen der Zugriffsblende Entfernen, ziehen Sie an der Arretierung der Zugriffsblende. Nutzen Sie die Arretierung der Zugriffsblende, um die Oberkante der Zugriffsblende vom Computer wegzuklappen. Entfernen Sie die Zugriffsblende, indem Sie sie gerade nach oben anheben. Ersetzen Setzen Sie die Führung der Zugriffsblende an der Unterseite des Gehäuses ein. Drehen Sie die Zugriffsblende nach oben und drücken Sie darauf, damit sie einrastet. Ersetzen der mittleren Kartenhalterung Bevor Sie beginnen, entfernen der Zugriffsblende. Entfernen Positionieren Sie die Zugriffsblende mit der Unterseite nach oben. Drücken Sie die beiden Laschen der Halterung. Drehen Sie die Halterung nach oben und entfernen Sie sie. Ersetzen Richten Sie die Laschen der Halterung an den Aussparungen der Zugriffsblende aus. Drehen Sie die Halterung nach unten und lassen Sie sie einrasten. Ersetzen der Festplatte Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen Trennen Sie Netz und Datenkabel von der Festplatte. Halten Sie die Entriegelungslaschen des Festplattenträgers gedrückt. Entfernen Sie den Festplattenträger aus dem Computer. Entfernen Sie die Haltebügel des Festplattenträgers so weit von der Festplatte, dass die Stifte des Trägers die Löcher in der Festplatte verlassen. Entfernen Sie die Festplatte aus dem Festplattenträger. Ersetzen Setzen Sie die Festplatte in den Träger ein. Biegen Sie die Trägerhaltebügel, um die Stifte in die Löcher in der Festplatte einzuführen. Setzen Sie den Träger und die Festplatte in die Festplattenhalterung ein. Schließen Sie Netz und Datenkabel der Festplatte wieder an. Ersetzen der Speicherlifter-Baugruppe Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen Drücken Sie die beiden Laschen an der Seite des Speicherlifter-Gehäuses zusammen. Entfernen Sie die Speicherlifter-Baugruppe aus dem Computer. Ersetzen Richten Sie die Laschen der Speicherlifter-Baugruppe an den Aussparungen im Gehäuse aus. Stellen Sie sicher, dass der Netzeingang des Speicherlifters am Anschluss auf der Systemplatine ausgerichtet ist. Drücken Sie die Speicherlifter-Baugruppe nach unten, um sie zu arretieren. Ersetzen der Lüfter-Baugruppe der oberen PCI-Express-Halterung. Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen Ziehen Sie an der Entriegelungsflasche. Drehen Sie die Oberseite der Einheit nach oben. Ziehen Sie die Baugruppe aus dem Computer. Ersetzen Setzen Sie die Laschen der Lüfter-Baugruppe in die Vertiefungen am Gehäuse ein. Drehen Sie die Baugruppe nach unten, damit sie einrastet. Ersetzen des RTC-Akkus Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende. Entfernen Verwenden Sie ein nichtmetallisches Werkzeug mit flacher Klinge, um die Verriegelung anzuheben und den RTC-Akku zu lösen. Ersetzen Ersetzen Schieben Sie den RTC-Akku unter die Lasche und drücken Sie ihn nach unten, damit er einrastet. Ersetzen des M2 Solid-State-Laufwerks SSD Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und die obere PCI-Express Halterung für SSD 3 und 4. Entfernen Schieben Sie die Entriegelungsflasche nach hinten. Fassen Sie das M2 Solid-State-Laufwerk an den Seiten an. Ziehen Sie es aus dem Anschluss auf der Systemplatine und entfernen Sie es. Ersetzen Setzen Sie das M2 SSD in den Anschluss auf der Systemplatine ein. Drücken Sie das Laufwerk nach unten, um es zu befestigen. Ersetzen des Systemspeichers DIMMS Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfterbaugruppe und die Lüfterbaugruppe der oberen PCI-Express Halterung. Entfernen Lösen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten des Speichersteckplatzes. Heben Sie den Systemspeicher aus dem Anschluss auf der Hauptplatine und entfernen Sie ihn. Ersetzen Setzen Sie den Systemspeicher in den Anschluss auf der Systemplatine ein. Drücken Sie den Systemspeicher nach unten, damit er einrastet. Ersetzen der Verriegelungseinheit Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und den Lüfter der oberen PCI-Express Halterung. Entfernen Trennen Sie das Kabel der Verriegelungsbaugruppe von der Systemplatine. Heben Sie die Oberseite der Verriegelungsbaugruppe an. Drehen Sie die Baugruppe und entfernen Sie sie. Entfernen Sie den Verriegelungsschalter vom Gehäuse, indem Sie die beiden Laschen trennen und dann den Schalter aus dem Gehäuse ziehen. Ersetzen Drücken Sie den Verriegelungsschalter in die Laschen am Gehäuse. Setzen Sie die Laschen der Baugruppe in die Löcher im Gehäuse ein. Drehen Sie die Baugruppe nach oben, damit sie einrastet. Verbinden Sie das Kabel wieder mit der Systemplatine. Ersetzen der EA-Baugruppe Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, den Lüfter der oberen PCI-Express Halterung und die Speicherlüfterbaugruppe. Entfernen Trennen Sie das vordere EA-Audiokabel von seiner Verlängerung. Trennen Sie das UI und das USB-Kabel von der Rückseite der EA-Baugruppe. Entriegeln Sie die EA-Baugruppe, indem Sie die Sperrleiste des Laufwerks anheben. Entfernen Sie die EA-Baugruppe aus dem Steckplatz. Ersetzen Schieben Sie die EA-Baugruppe in Ihren Steckplatz. Heben Sie den Sperrriegel des Laufwerks an. Drücken Sie die Baugruppe in Ihre Position. Verbinden Sie das UI und das USB-Kabel wieder mit der Rückseite der EA-Baugruppe. Verbinden Sie das vordere EA-Audiokabel wieder mit seiner Verlängerung. Ersetzen des optischen Laufwerks Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, den Lüfter der oberen PCI-Express, Halterung und die Speicherlüfter-Baugruppe. Entfernen Trennen Sie das Netz und das Datenkabel von der Rückseite des optischen Laufwerks. Entriegeln Sie das Laufwerk, indem Sie die Sperrleiste anheben. Entfernen Sie das optische Laufwerk aus dem Steckplatz. Ersetzen Schieben Sie das optische Laufwerk in den Steckplatz. Heben Sie den Sperrriegel des Laufwerks an. Drücken Sie das Laufwerk in seine Position. Verbinden Sie das Netz und das Datenkabel wieder mit der Rückseite des optischen Laufwerks. Ersetzen des hinteren Lüfters Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und die Speicherlüfter-Baugruppe. Entfernen Trennen Sie das Lüfterkabel von der Systemplatine. Drücken Sie von der Rückseite des Computers aus. Auf die beiden Laschen und drehen Sie den hinteren Lüfter vom Gehäuse weg. Entfernen Sie den hinteren Lüfter aus dem Computer. Ersetzen Setzen Sie die Laschen des hinteren Lüfters in die Vertiefungen am Gehäuse ein. Drehen Sie den Lüfter, damit er einrastet. Schließen Sie das Lüfterkabel wieder an die Systemplatine an. Ersetzen des Flex-E-A-Moduls Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und die Speicherlüfter-Baugruppe. Entfernen Entfernen Sie die zwei P1-Kreuzschlitzschrauben. Heben Sie das Modul an. Trennen Sie es vom Anschluss auf der Systemplatine und entfernen Sie es. Ersetzen Richten Sie die Löcher auf dem Modul an den Halterungen auf der Systemplatine aus. Drücken Sie das Modul nach unten, um es wieder mit der Systemplatine zu verbinden. Setzen Sie die beiden P1-Kreuzschlitzschrauben wieder ein. Ersetzen der oberen Kartenführung und des Lüfters Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfter-Baugruppe und die Lüfter-Baugruppe der oberen PCI-Express-Halterung. Entfernen Schieben Sie die Verriegelungsleiste in die entsperrte Position. Trennen Sie das Kabel des oberen Frontlüfters von der Systemplatine. Trennen Sie das Kabel des oberen Zusatzlüfters von der Systemplatine. Drücken Sie die beiden Laschen und drehen Sie die Baugruppe nach vorne. Entfernen Sie die Baugruppe. Ziehen Sie den Anschluss des Lüfters der PCI-Express-Halterung heraus und entfernen Sie ihn. Ersetzen Schieben Sie den Anschluss des Lüfters der PCI-Express-Halterung in die Führungen, um ihn an der Baugruppe zu befestigen. Setzen Sie die Laschen in die Vertiefungen am Gehäuse ein. Drehen Sie die Baugruppe und drücken Sie sie an die Vorderseite des Gehäuses. Schieben Sie die Verriegelungsleiste in die verriegelte Position. Verbinden Sie das Kabel des oberen Zusatzlüfters wieder mit der Systemplatine. Verbinden Sie das Kabel des oberen Frontlüfters wieder mit der Systemplatine. Ersetzen der Erweiterungskarte Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende und die Speicherlüfterbaugruppe. Entfernen Drücken Sie die Entriegelungsflaschen an der Oberseite der Erweiterungskartenhalterung nach unten, um sie zu lösen. Drücken Sie den Freigabehebel der Erweiterungskarte. Heben Sie die Karte gerade nach oben und ziehen Sie sie aus dem Gehäuse heraus, um sie zu entfernen. Ersetzen Wenn Sie eine Erweiterungskarte installieren, die sich an einer Position mit Steckplatzabdeckung befindet. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie gerade nach oben und von der Innenseite des Gehäuses wegziehen. Richten Sie die Erweiterungskarte am PCI Express Anschluss und an der Steckplatzstrebe aus. Drücken Sie die Karte nach unten, um sie wieder mit der Systemplatine zu verbinden. Ersetzen des Netzteils Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfterbaugruppe und die Lüfterbaugruppe der oberen PCI Express Halterung. Entfernen Trennen Sie die drei Netzkabel von den Anschlüssen auf der Systemplatine. Lösen Sie die Klammern, mit denen die Kabel am Gehäuse befestigt sind. Entfernen Sie die Kabel aus den Klammern. Entfernen Sie die vier T15-Schlitz-Torx-Schrauben, mit denen das Netzteil am Gehäuse befestigt ist. Halten Sie die Entriegelungsflasche des Netzteils gedrückt. Schieben Sie das Netzteil in Richtung der Vorderseite des Computers und entfernen Sie es. Ersetzen Bringen Sie das Netzteil an seine Position im Gehäuse. Schieben Sie das Netzteil zur Rückseite des Gehäuses, bis es einrastet. Setzen Sie die vier T15-Schlitz-Torx-Schrauben wieder ein, mit denen das Netzteil am Gehäuse befestigt ist. Führen Sie die Kabel durch die Klammern. Drücken Sie auf die Klammern, um die Kabel zu befestigen. Verbinden Sie die drei Netzkabel wieder mit den Anschlüssen auf der Hauptplatine. Ersetzen der Frontblende Entfernen Legen Sie den Computer auf die rechte Seite. Lösen Sie die beiden Arretierungen unten an der Frontblende. Klappen Sie die untere Kante der vorderen Einfassung vom Computer weg. Entfernen Sie die Frontblende. Ersetzen Richten Sie die Oberseite der Frontblende an den Vertiefungen im Gehäuse aus. Drücken Sie die Frontblende von oben nach unten in Ihre Position. Ersetzen des Frontgriffs und der Wireless-Antennen Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfter-Baugruppe, den Lüfter der oberen PCI-Express-Halterung und die Frontblende. Hinweis Sofern eine Wireless-Karte vorhanden ist, trennen Sie die Verbindung der Karte mit den Wireless-Antennen, bevor Sie fortfahren. Entfernen Entfernen Sie die Wireless-Antennen aus der Kabelführung im Gehäuse. Ziehen Sie die Wireless-Antennen durch die Öffnung an der Vorderseite des Gehäuses. Entfernen Sie die Antennen aus der Kabelführung an der Vorderseite des Gehäuses. Entfernen Sie die 2T1-5-Schlitz-Torx-Schrauben, mit denen der Griff befestigt ist. Ziehen Sie den Griff vom Computer ab und entfernen Sie ihn. Ersetzen Schieben Sie den Griff an seinen Platz an der Vorderseite des Computers. Befestigen Sie den Frontgriff mit zwei T1-5-Schlitz-Torx-Schrauben. Führen Sie die Wireless-Antennen durch die Kabelführungen an der Vorderseite des Computers. Führen Sie die Antennen durch die Öffnung an der Vorderseite des Computers. Befestigen Sie die Antennen mit der Kabelführung auf der Innenseite des Gehäuses. Ersetzen des Kühlkörpers Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfterbaugruppe und die Lüfterbaugruppe der oberen PCI-Express-Halterung. Entfernen Trennen Sie das Lüfterkabel des Kühlkörpers von der Systemplatine. Lösen Sie die 4 unverlierbaren T20-Schlitz-Torx-Schrauben in der durch die Zahlen auf dem Kühlkörper angegebenen Reihenfolge. Heben Sie den Kühlkörper von der Systemplatine und entfernen Sie ihn. Ersetzen Hinweis Bevor Sie den Kühlkörper ersetzen, muss die Wärmeleitpaste ersetzt werden. Die Wärmeleitpaste sollte immer ersetzt werden, wenn der Kühlkörper entfernt wird. Verwenden Sie Alkohol und ein weiches Tuch oder einen alkoholgetränkten Tupfer. Um die Wärmeleitpaste vollständig vom Kühlkörper und vom Prozessor zu entfernen. Verwenden Sie dann den Wärmeleitpaste-Applikator, um Wärmeleitpaste auf den Prozessor aufzutragen. Setzen Sie den Kühlkörper an seiner Position auf der Systemplatine ein. Hinweis Auf dem Kühlkörper befinden sich neben den folgenden vier Schraubenzahlen. Ziehen Sie die vier unverlierbaren T20-Schlitz-Torx-Schrauben in der durch die Zahlen angegebenen Reihenfolge an, um ihn auf der Systemplatine zu befestigen. Schließen Sie das Lüfterkabel des Kühlkörpers wieder an die Systemplatine an. Ersetzen des Prozessors Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfterbaugruppe, den Lüfter der oberen PCI-Express-Halterung und den Kühlkörper. Entfernen Lösen Sie drei unverlierbare T20-Schlitz-Torx-Schrauben in umgekehrter Reihenfolge der Zahlen von der Prozessorhalterung. Drehen Sie die Prozessorhalterung nach oben. Heben Sie die beiden blauen Laschen am oberen Rand des Prozessorrahmens an und drehen Sie den Rahmen nach oben. Ziehen Sie den Prozessor aus dem Rahmen, um ihn zu entfernen. Ersetzen Schieben Sie den Prozessor in den Prozessorrahmen. Drücken Sie den Prozessor nach unten, damit er festsitzt. Drehen Sie die Prozessorhalterung. Ziehen Sie die drei unverlierbaren T20-Schlitz-Torx-Schrauben in der durch die Zahlen angegebenen Reihenfolge an, um die Prozessorhalterung zu befestigen. Ersetzen der Systemplatine Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfter-Baugruppe, den Lüfter der oberen PCI-Express-Halterung, die M2 Solid-State-Laufwerke-SSDs, den hinteren Lüfter, den Kühlkörper, die Erweiterungskarten, das Flex-EA-Modul, den Systemspeicher und den Prozessor. Entfernen Trennen Sie alle Kabel von der Systemplatine. Entfernen Sie die 10T15-Schlitz-Torx-Schrauben, mit denen die Systemplatine am Gehäuse befestigt ist. Heben Sie die Systemplatine leicht an und schieben Sie sie zur Vorderseite des Computers. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Computer. Ersetzen Setzen Sie die Systemplatine vorsichtig in das Gehäuse ein. Schieben Sie die Systemplatine zur Rückseite des Gehäuses und führen Sie die externen Anschlüsse in die Aussparungen. Setzen Sie die 10T15-Schlitz-Torx-Schrauben wieder ein, mit denen die Systemplatine am Gehäuse befestigt ist. Verbinden Sie alle Kabel wieder mit der Systemplatine. Ersetzen des VR1-Kühlkörpers Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfter-Baugruppe, den Lüfter der oberen PCI-Express-Halterung, die M2-Solid-State-Laufwerke-SSDs, den hinteren Lüfter, den Kühlkörper, die Erweiterungskarten, den Prozessor und die Systemplatine. Entfernen Bringen Sie die Systemplatine in die senkrechte Position. Entfernen Sie die 3P1-Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Systemplatine. Entfernen Sie den Kühlkörper von der Systemplatine. Achten Sie genau auf die Platzierung der Wärmepolsterung auf dem VR-Kühlkörper. Ersetzen Platzieren Sie den VR1-Kühlkörper vorsichtig auf der Systemplatine. Halten Sie den Kühlkörper fest und bringen Sie die Systemplatine in die aufrechte Position. Befestigen Sie den Kühlkörper mit 3P1-Kreuzschlitzschrauben. Ersetzen des VR2-Kühlkörpers Bevor Sie beginnen, entfernen Sie die Zugriffsblende, die Speicherlüfter-Baugruppe, den Lüfter der oberen PCI-Express-Halterung, die M2-Solid-State-Laufwerke-SSDs, den hinteren Lüfter, den Kühlkörper, die Erweiterungskarten, den Prozessor und die Systemplatine. Entfernen Bringen Sie die Systemplatine in die senkrechte Position. Entfernen Sie die zwei P1-Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite der Systemplatine. Entfernen Sie den Kühlkörper von der Systemplatine. Achten Sie genau auf die Platzierung der Wärmepolsterung auf dem VR-Kühlkörper. Ersetzen Platzieren Sie den VR2-Kühlkörper vorsichtig auf der Systemplatine. Halten Sie den Kühlkörper fest und bringen Sie die Systemplatine in die aufrechte Position. Befestigen Sie den Kühlkörper mit zwei P1-Kreuzschlitzschrauben. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal.